FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der importierte Nahostkonflikt, das ist das Thema, mit dem wir uns in der heutigen Sendung auseinandersetzen. Die Tragödie um Gaza seit dem Pogrom des 5. Oktober und den israelischen Gegenangriffen nimmt kein Ende. Wie es bei uns zu einem Anstieg von Antisemitismus und von Islamfeindlichkeit kommen konnte und was getan werden kann, darüber wollen wir heute sprechen. Ich begrüße Sie herzlich im Podcast-Studio des FALTER in der Wiener Innenstadt. Mona Dudzta, guten Tag. Guten Tag, danke für die Einladung. Mona Dudzta ist Nationalratsabgeordnete der SPÖ und sie kommt aus einer palästinensischen Familie. Die Eltern sind aus Palästina nach Österreich gekommen. Mona Dudzta hat bei einer gemeinsamen jüdisch-palästinensischen Mahnwache in Wien am letzten Wochenende gesprochen. Was war da für Sie die zentralste Aussage? Es gab, finde ich, zwei zentrale Aussagen. Das eine ist, dass es meiner Meinung nach total wichtig ist, allen Opfern zu gedenken. Und dass das Mitgefühl und die Empathie halt allen Menschen, die Opfer geworden sind und die getötet wurden, sowohl israelischen wie auch palästinensischen Zivilistinnen, die durch Terror und Krieg gestorben sind, zu gedenken. Also ich glaube, das ist einmal, glaube ich, eine sehr zentrale Botschaft, weil es darf niemals der Eindruck entstehen, dass ein Menschenleben oder ein Opfer weniger wert ist als ein anderes Opfer. Jedes menschliche Leben gilt oder ist gleich viel wert. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig gewesen. Und das andere ist natürlich, wie Sie richtig auch gesagt haben, immer wenn der Nahostkonflikt wieder mal ist, und so ist er auch, wenn natürlich der 7. Oktober natürlich eine Zäsur ist und wir nicht damit gerechnet haben, mit dieser brutalen Ermordung von israelischen Zivilistinnen durch die Hamas, und so hatten wir es immer schon so, dass sobald dieser Nahostkonflikt wieder aufgeflammt ist, wir sofort die Auswirkungen hier gespürt haben. Und mir geht es nämlich darum zu sagen, was können wir tun, um unsere Gesellschaft hier zusammenzuhalten? Wie können wir dem Antisemitismus, wie können wir dagegenhalten? Und wie können wir auch gegen den stärker gewordenen Rassismus, auch gegen Arabe und Muslime, was können wir dagegen tun? Und das sind beide Botschaften von mir gewesen, die ich auch als sehr zentral erachte. Ich begrüße sehr herzlich Alun Ischai. Guten Tag. Guten Tag. Alun Ischai ist Präsident der jüdischen Hochschülerinnen in Österreich bei den Gedenkveranstaltungen für die Opfer des 7. Oktober und für die Geiseln in Wien. Haben Sie immer wieder das Wort ergriffen, zuletzt am Heldenplatz. Wie wichtig ist diese Mobilisierung aus Ihrer Sicht? Ich glaube, sie ist zentral, einfach aus der Bedrohung, die für jüdisches Leben entsteht, die sich im 7. Oktober manifestiert hat. Ich glaube, es ist ganz zentral zu erkennen, welche Bedeutung Israel, beziehungsweise ein selbstbestimmter jüdischer Staat für Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt hat. Und es ist wichtig, das immer wieder zu betonen, dass es kein sicheres jüdisches Leben geben kann ohne ein Israel. Und dafür sind unter anderem diese ganzen Gedenkveranstaltungen gedacht. Ich begrüße ebenfalls Falter-Redakteurin Nina Brnader hier. Hallo Nina. Hallo. Nina Brnader hat in den letzten Wochen im Falter über die verschiedensten Aspekte des aktuellen Krieges geschrieben. Und sie hat in Gaza telefoniert mit einer Ärztin nach einer furchtbaren Zerstörung bei einem Spital. Was für eine Situation beschreibt sie da? Zunächst mal will ich kurz erklären, was das für ein Spital ist. Das ist das Al-Achli-Spital, das am 17. Oktober, wo es eine Explosion gab auf dem Spitalsareal, wo nicht klar ist bis heute, was die Ursache ist, ob das eine israelische Rakete war, wie die Palästinenser behaupten, oder ob das eine Rakete war, die aus Gaza selbst kam und quasi fehlgeleitet dort gelandet ist. Es gab große Diskussionen über die Zahl der Opfer und so weiter. Und ich habe mit dieser Frau kurz, wenige Minuten sprechen können, sieben Minuten oder so, dann ist die Verbindung abgebrochen. Und sie hat mir geschildert, wie dramatisch die Situation dort ist. Also sie haben dort kaum Wasser, Medikamente neigen sich dem Ende zu. Sie hat an dem Tag, wo die Explosion stattgefunden hat, morgens noch mit den Kindern dort, die Zuflucht dort gesucht haben, mit ihren Familien noch gesungen und gespielt und später waren sie dann einfach weg. Vielerorts ist das Spital auch sozusagen beschädigt, der OP-Saal, ihr eigenes Büro, die Decken sind runtergekommen. Sie schildert eine sehr, sehr dramatische Situation. Und sie hat quasi um Hilfe gebeten, dass ihre Patienten aus diesem Spital evakuiert werden und in den Nachbarländern weiter behandelt werden. Das ist aber bisher nicht passiert. Soweit ich weiß, gibt es sehr wohl Patienten. Ich weiß jetzt nicht, ob konkret aus diesem Spital, aber es wurden sehr wohl Verletzte nach Ägypten herausgeführt. Aber ich habe zum Beispiel erst vor zwei Tagen mit einem Österreicher in Gaza noch gesprochen. Der ist einer dieser ganz wenigen, die noch übrig sind dort. Und der ist in Gaza-Stadt und meldet sich mit I'm still alive. Also er hat auch kaum Wasser, überall permanent Explosionen. Und er fleht quasi um Hilfe. Und es gibt kaum Möglichkeiten, ihn da rauszubringen. Er hat keine Mitfahrgelegenheit, um in den Süden zu kommen für das nächste Mal, wenn der Grenzübergang wieder aufgemacht wird. Ich begrüße ebenfalls FALTER-Redakteur Lukas Matzinger. Hallo Lukas. Hallo. Lukas Matzinger hat über die aktuelle Radikalisierung bei Teilen der migrantischen Jugend in Wien berichtet, hat Demonstrationen beobachtet, mit den Kids dort gesprochen. Wie eindeutig ist das, dass wir hier angesichts all dieser Ereignisse eine Radikalisierung bei den migrantischen Jugendlichen haben? Genau, ich war eben bei mehreren dieser Demonstrationen, pro-palästinensischen oder anti-israelischen Demonstrationen, die ja fast jeden Tag stattfinden in Wien. Und da muss man jetzt schon nochmal zunächst festhalten, wenn man sich umschaut in Europa, verglichen mit den meisten anderen Millionenstädten, London, Rom, Berlin, ist es in Wien eine erheblich kleinere Nummer, diese Demonstrationen. Sie sind viel kleiner, sie sind nicht Zehntausende, es sind ein paar Hundert. Es ist auch in der Gestalt, schaut es anders aus. In Wien sind nicht reihenweise Schahada-Flaggen und es ist nicht geschlechtergetrennt und so weiter. Das ist eine andere Präsenz, die es hier in Wien gibt. Das ist einmal grundsätzlich, spricht dafür, dass offenbar einiges von dem, was sich die Regierungen unter Integration vorstellen, da recht gut funktioniert hat. Ein weiterer Eindruck ist, dass das in Wien hauptsächlich so syrische Veranstaltungen sind. Das hat auch die Polizei bei dieser untersagten Demo am Stephansplatz festgestellt, dass die meisten dort, also die größte Gruppe waren Syrer. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig verwunderlich, weil eben ab 2014 sehr viele nach Österreich gekommen sind und auch aus einem Land stammen, wo Israel in keinster Weise anerkannt wird. Und jetzt zur Frage, wie dramatisch das ist. Also diese Demo-Besucher, da lohnt sich wirklich die Differenzierung. Es sind sehr unterschiedliche Leute dabei. Das gibt es so alte linke Kolonialismusgegner und da gibt es auch ein paar junge Muslime, die sagen, hier in unseren Medien wird die Sache der Muslime nie richtig ernst genommen und muslimische tote Kinder sind nicht so viel wert. Aber dann gibt es auch eine Gruppe, die da meistens auf Arabisch Dinge schreit, die eigentlich schon den Verfassungsschutz interessieren sollten. Die schreien, wir sind deine Männer. Mohammed Dev, das ist der Oberbefehlshaber dieser Hamas-Brigaden, die sich hier irgendwie mit Kalaschnikows sehen und so weiter. Und da gibt es eine Gruppe, das ist jetzt nicht, wie gesagt, nicht so irrsinnig groß, aber die dürfen da trotzdem das Megafon führen. Und ja, die sollten uns auf jeden Fall besorgen und ich glaube, über die werden wir auch später dann noch sprechen. Mona Dutzer, Sie haben nach dem Pogrom vom 7. Oktober eine pro-palästinensische Demonstration in Wien scharf kritisiert auf Twitter. Warum und wie waren dann die Reaktionen? Ja, weil ich etwas perplex war, weil man hört am Samstag eben von diesem Massaker an israelischen Zivilisten und Zivilistinnen und zeitgleich, ich glaube sogar, dass diese Kundgebung, wenn mich nicht alles täuscht, am selben Tag war. Also das hat mich schon einmal irritiert. Und dann hat man halt irgendwie am Samstag oder am Sonntag eben diese Videos gesehen, wo Leute halt Dabke getanzt haben. Also Dabke, das ist dieser palästinensische Folklor-Tanz. Und ich meine, der Veranstalter hat das dann später dementiert, dass man hätte feiern wollen oder jubeln wollen. Aber natürlich ist in den Medien das verständlicherweise dann so aufgenommen worden, dass da gejubelt wird, auch wenn er es jetzt im Nachhinein dementiert hat. Und damit ist natürlich ein fürchterlicher Eindruck entstanden. Und ich habe dann ganz klar gesagt, man jubelt nicht, wenn Menschen sterben. Und das war mir wichtig, auch zu betonen und klarzustellen. Und deshalb habe ich das kritisiert, weil auch aufgrund der Zeitnähe war das einfach unangemessen und unangebracht. Ich habe nicht verstanden, warum jetzt einfach eine Palästinerkundgebung ist, wenn wir am selben Tag hören von einem Massaker der Hamas. Also das war für mich nicht nachvollziehbar. Und deshalb habe ich es kritisiert. Und ich habe gesagt, so sind wir nicht. Was waren die Reaktionen? Die Reaktionen waren positiv. Manche haben halt gesagt, naja, warum hast du dich jetzt dazu geäußert? Manche haben es falsch verstanden, haben geglaubt, dass ich gegen das Demonstrieren bin. Deshalb habe ich gesagt, na, ich bin nicht für ein Demonstrationsverbot, um Gottes Willen. Ich halte das auch für problematisch, jetzt auch lang erkämpfte Freiheitsrechte irgendwie einzuschränken. Und möchte auch an dieser Stelle sagen, es ist nicht jeder, der... Also man soll nicht in diese Falle tappen, wo man sagt, dass wenn jemand eine Palästina-Fahne hält, ist er deswegen ein Hamas-Sympathisant oder in die Nähe des Islamismus führt. Weil das ist halt kontraproduktiv, finde ich. Also man muss aufpassen, dass man dann am Ende des Sages nicht die Jugendlichen kriminalisieren, weil es sind hauptsächlich ein paar alte Linke, wird es dabei geben, wie Sie richtig sagen, aber es sind halt junge Menschen, auch natürlich mit einem migrantischen Background. Und ja, also es wäre für mich eher kontraproduktiv, wenn man das täte. Hallo Nischai, haben Sie Verständnis dafür, dass Jugendliche jetzt aus Solidarität mit den Opfern auch auf die Straße gehen? Vielleicht kann ich nochmal auf den einen Punkt zurückkommen, dieser Kundgebung, weil ich selbst dort war, vor Ort, und es relativ absurd war, weil... Das war die pro-palästinensische Kundgebung, von der die Frau Tutz da jetzt sich distanziert hat. Genau, also das muss man sich so vorstellen, dass die... Die war natürlich schon... Also ich glaube, ich weiß nicht, ob eine Woche oder... Aber bestimmt eine Zeit lang davor schon angemeldet und angekündigt, ohne die Voraussicht zu haben, dass das, was am 7. Oktober passiert ist, passieren wird. Trotzdem, also es war ganz klar, es war eine verrückte Situation, weil man steht auf und liest die Nachrichten seiner Familie in Israel. Die hat dann schreibt, dass sie nicht wissen, sozusagen, ob sie überleben werden oder nicht. Und dann gehe ich die Maria-Hilfer-Straße hoch und sehe dann Leute, die... Der Redner hat sich... Das haben wir auch auf Twitter dann oder X gepostet. Der Redner spricht sich am Tag, am 7. Oktober, aus für eine Solidarität mit allen Formen des geeinigten palästinensischen Widerstands. Und es gab die Tänze und die Gesänge und es hat mich jetzt nicht persönlich so sehr gestört, eher dann vielmehr dieser Satz, der perfide ist, auszusprechen am 7. Oktober. Trotzdem stimme ich natürlich zu, dass das Recht der Versammlungsfreiheit immer gewahrt werden sollte und man halt in spezifischen Kontexten sehen muss, ob man dann in einem Fall von Volksverhetzung landet oder nicht. Und je nachdem muss die Polizei dann unterscheiden, ob so eine Kundgebung stattfinden kann oder eben nicht oder ob eine Kundgebung stattfinden kann und während der Kundgebung Leute rausgeholt werden oder Anzeigen erstattet werden und so weiter und so fort. In dieser polarisierten Situation, jetzt polarisiert in der Welt, aber offensichtlich auch bei uns, Alunischer, ist es dann möglich, der Opfer beider Seiten zu gedenken? Denn das ist ja der humanitäre Reflex, weil zu sagen, man grenzt das jetzt nicht ein. Ist das möglich und findet das statt bei den Kundgebungen? Oder warum ist es schwierig? Niemand, der liberale Werte vertritt, sollte nicht jedem Menschen Opfer gedenken. Also vielleicht anders formuliert, jeder, der liberal-demokratische Werte vertritt, sollte allen menschlichen Opfern gedenken, die durch Kriege und durch den Terror der Hamas zustande gekommen sind. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Ich glaube, es ist grundsätzlich aber trotzdem wichtig, die aktuelle Lage und vielleicht im Kontext, vielleicht wird man da auch noch darauf zu sprechen kommen, sozusagen die Aussage der Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, dass es wichtig ist, das zu verstehen im Kontext der Bedrohungssage, die für Israel nicht erst seit dem 7. Oktober, aber auch dann durch den 7. Oktober entstanden ist. Aber natürlich ist es wichtig, die gegenseitige Trauer und gegenseitige Opfer anzueckern. Lukas? Dazu muss ich sagen, und es ist ja das Bedauerliche, dass es bei den meisten dieser Demonstrationen, die es da in Wien gibt, nicht im Kern darum geht, es geht nicht mal im Kern darum, den Opfern in Gaza, der Opfer in Gaza zu gedenken. Es geht darum, den Terrorstaat Israel, den Kindermörder Israel, sozusagen die Schuld zuzuweisen. Niemand sagt dort, die Hamas hat uns in diese Situation gebracht. Niemand sagt dort, die Hamas soll aufhören, diese Kinder als Schutzschilder zu verwenden. Das heißt, es geht leider bei diesen Demonstrationen weniger darum, der Opfer zu gedenken, sondern schon, um ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, wer hier aus deren Sicht der Böse ist. Das muss man leider sagen. Ich würde mir wünschen, es würde solche Demonstrationen mehr geben, die du ansprachst. Aber was ich sehe, ist etwas anderes. Es hat erschreckende antisemitische Vorfälle gegeben in den letzten Wochen. Alon Ischer, wie erlebt das die jüdische Community und wie verändert das das jüdische Leben in Wien? Also wichtig, nochmal darauf zurückzukommen. Wie gesagt, ich habe berichtet zum Tag des 7. Oktober, man wacht auf mit den Nachrichten. Sieht dann die Kundgebung an der Maria-Hilfer-Straße und zeitgleich ist für jede Person in der jüdischen Gemeinde klar, und das wurde dann auch in einer Aussendung am Abend genauso verschickt an alle gemeine Mitglieder, dass sich perplexerweise, und zu dem Zeitpunkt hatte Israel noch nicht zurückgeschlagen oder noch nicht sozusagen ihren Angriff gegen die Hamas begonnen, schon für alle Mitglieder der jüdischen Gemeinde klar war, dass wir unsere Sicherheitsmaßnahmen enorm, enorm erhöhen müssen. Beispielsweise, es werden kaum mehr öffentlich jüdische Privatveranstaltungen bekannt gegeben, einfach aus Sicherheitsgründen. Und das heißt, jedes Mal, wie schon davor gesagt wurde, jedes Mal, wenn der Ostkonflikt in einer weiteren Gewalt eskaliert, kriegen Jüdinnen und Juden das extrem stark zu spüren. Es gab die pogromartigen Zustände in Dagestan, es gab den Brandanschlag hier in Wien auf dem Friedhof, es gab genauso einen Brandanschlag auch in Berlin auf eine Synagoge von ganz latenten Ausdrücken, die nicht in Statistiken aufgenommen werden, wie ein Student, der an einer Universität einen Davidstern trägt und man ihm sagt, er soll als Zionist von dieser Party sich entfernen, werden da gar nicht aufgenommen. Das heißt, es zieht sich durch alle Momente des Alltags durch und beeinflusst die jüdische Gemeinde stark. Da gibt es schon große Solidarität und da gibt es eigentlich in der ganzen Gesellschaft das Gefühl, das darf nicht sein und die jüdische Gemeinde muss sich sicher fühlen können. Aber die Realität ist natürlich anders. Mona Dutzler, es werden auch gemeldet anti-islamische Aggressionen. Was macht die ganze Situation mit der, wenn man so will, palästinensischen, österreichisch-palästinensischen Community? Naja, die empfinden halt, dass es für ihre Opfer von Seiten der offiziellen Politik kein offizielles Statement des Bedauerns und des Mitgefühls gibt. Also wenn ich jetzt einmal das versuche ein bisschen zu vermitteln, wie die das, wie die Community, wenn ich überhaupt so verallgemeinern kann, das wahrnimmt und das macht schon psychologisch auch etwas mit Menschen, wenn sie den Eindruck haben, die tausenden getöteten palästinensischen Zivilisten finden eigentlich keine Bemerkung von Seiten der offiziellen Politik und das ist auch nicht gut, finde ich. Also ich finde, es braucht eben diese Räume, wo Trauer und Trauma auch einen Ausdruck findet. Ich halte das für wirklich zentral, weil wir müssen schauen, wie wir dem Antisemitismus nicht nur bekämpfen, sondern die Grundlage entziehen. Wir müssen schauen, wie wir diesem Rassismus jetzt, der auch gestiegen ist und wo halt Muslime generell auch unter Generalverdacht gestellt werden, was wir halt auch dagegen machen können und erstens einmal Räume der Begegnung schaffen, ganz konkret, aber auch den Austausch zwischen arabischen und jüdischen Jugendlichen auch fördern. Aber es braucht halt wirklich auch Ausdrucksformen und es ist nicht jeder Arab und jeder Palästinenser oder auch jeder Syrer, man muss bei den Syrern sagen, dass ja glaube ich, wir wissen es nicht genau, dass ein Zehntel oder vielleicht sogar 20 Prozent von den Syrern, die nach Österreich gekommen sind, selber eine palästinensische Herkunft haben und bereits in Syrien mit dieser Fluchterfahrung schon groß geworden sind. Also ich glaube, das spielt sicher mit eine Rolle, aber ich bin natürlich beim Herrn Matzinger, wenn er sagt, die sind natürlich in einem Land aufgewachsen, das halt im Krieg ist, auch natürlich mit Syrien und mit Israel und das macht ja auch was mit Menschen, weil wir haben einen Konflikt, der ist jetzt 75 Jahre und Sie müssen sich vorstellen, das sind mehrere Generationen, die so sozialisiert werden. Also das geht von einer Generation zur nächsten Generation weiter und jeder hat das Empfinden des Unrechts. Und in Wirklichkeit haben wir zwei Volksgruppen oder Bevölkerungsgruppen, die schwer leiden, die schwer traumatisiert sind und jeder hat das Gefühl, für ihn gibt es weniger Empathie und für ihn gibt es weniger Mitgefühl. Und es ist irgendwie so ein Ringen um, aber unser Unrecht wird nicht gesehen. Und ich finde, diese arabisch-palästinensische Perspektive, finde ich, muss auch einen Eingang nehmen und muss auch ein bisschen gesehen werden, wenn ich nämlich das Ziel vor Augen habe, dagegen anzuhalten. Also es braucht auch diese Auseinandersetzung auf Augenhöhe und es braucht auch diese Auseinandersetzung mit migrantischen Kindern oder Kids, Jugendlichen, weil es ist ja spannend zu sehen, dass für die ist der Nahostkonflikt eine Projektionsfläche. Die empfinden halt irgendwie, sie sind abgehängt vielleicht in der Gesellschaft und identifizieren sich plötzlich mit den Palästinensern. Aus deren Perspektive, die Palästinenser sind genauso im Unrecht und abgehängt und so weiter. Und das ist natürlich eine schwierige, auch gefährliche Kombination. Und ich sage immer ganz ehrlich, wir wollen keine französischen Verhältnisse in Österreich haben. Ich habe in Frankreich gelebt und wenn Sie mir erlauben, diese Anekdote zu erzählen, ich habe als Deutschfreundsprachenassistentin unterrichtet in den Vororten von Paris und wie ich dann diesen magribinischen Jugendlichen erzähle, dass meine Eltern Palästinenser sind, fangen die an zu klatschen und haben sich so gefreut und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Weil das sind magribinische Jugendliche gewesen, die konnten kein Arabisch, weil sie schon in der vierten Generation waren und hatten überhaupt keinen Bezug zum Nahen Osten. Also man sieht, da ist eine sehr starke Identifikation und da braucht es eine Auseinandersetzung. Nämlich mit diesem Phänomen, aber auch mit den Jugendlichen selber. Und das können wir uns meiner Meinung nach nicht ersparen. Wird das wahrgenommen, zum Beispiel der Angriff auf den jüdischen Friedhof, beim Zentralfriedhof in der palästinensisch-arabischen Community oder ignoriert man das? Also ich glaube, dass die meisten gesagt haben, das können keine Araber oder Migranten gewesen sein, weil die wissen nicht einmal, dass dort ein jüdischer Friedhof ist. Also das war irgendwie, wir wissen nicht, wer es war. Angeblich sind Bierflaschen dort gefunden worden. Wir wollen niemanden da beschuldigen und so weiter. Aber ich will auch niemanden in Schutz nehmen. Ich will jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich weiß nicht, wie viele migrantische Kids wirklich wissen, dass dort ein jüdischer Friedhof ist. Aber es kann natürlich auch jemand gewesen sein. Keine Frage, ich will da überhaupt niemanden in Schutz nehmen. Al-Nishai, diese Sorge und Verunsicherung der palästinensisch-österreichischen Bevölkerung, arabisch-österreichischen Bevölkerung, wird das in der jüdischen Community irgendwie wahrgenommen? Ich glaube, dass die, ich glaube erstens in Teilen ja. Ich glaube aber, dass die jüdische Gemeinde extrem damit beschäftigt ist seit 80 Jahren, seitdem es die wieder gibt nach einer, nach der Vernichtung in der Shoah, ist die jüdische Gemeinde extrem darauf bedacht und extrem damit beschäftigt, ihre Existenz zu sichern. Und das kann ich vielleicht auch in Bezug setzen zu meiner eigenen Arbeit. Ich glaube, meine Meinung zu der Politik im Nahen Osten und zur Situation ist relativ differenziert. Ich komme nur selten dazu, und das habe ich gestern auch erwähnt bei dem Podium, ich komme nur selten dazu, wirklich meine Meinung äußern zu können, weil immer Antisemitismus irgendwie den Weg hineinfindet in solche Diskussionen. Und ich finde es auch vollkommen okay, ehrlich gesagt, dass jetzt drei Familien von Entführten nach Wien kommen und sie sprechen. Und es geht dann halt bei dem Event um die Entführten der Familien. Das war am Heldenplatz. Ich finde, das spricht aber absolut nicht dagegen, dass es nicht wichtig ist, einen Gang zu finden für Trauer und Ausdruck für Trauer. Und deswegen komme ich zurück auch auf den Punkt der Versammlungsfreiheit. Es ist absolut wichtig, in Österreich sich versammeln zu können und in jeder Demokratie sich versammeln zu können und die Meinung äußern zu können. Man muss halt nur schauen, dass sie im Rahmen des Rechtlichen bleiben. Und ich glaube, darauf kommt es halt immer wieder zurück. Aber dass es Ausdruck geben muss dafür, auf jeden Fall. Ich glaube aber, es ist eine Sache, sich, wenn ich das jetzt noch ein bisschen ausweiten darf, weil verlangt wurde sozusagen, sich von der Hamas zu distanzieren. Ich glaube, es ist eine Sache, sich von einer gesicherten terroristischen Organisation zu distanzieren und das auch zu verlangen und verlangen zu können und auf der anderen Seite irgendwie von der jüdischen Gemeinde zu verlangen oder von jeder Person, die eine Gedenkveranstaltung macht, zu verlangen, für alle Opfer zu gedenken. Weil ich glaube, dass die OrganisatorInnen die Kraft haben, die sie haben, sich damit beschäftigen müssen, mit den Themen, die sie haben. Und es ist deswegen vollkommen okay, sich nur auf die eigene Gruppe zu beziehen. Problematisch wird es dann halt, wenn es überschwappt in eine Legitimation von Terror oder in einen Ausdruck von Hass und so weiter und so fort. Und ich finde es auch ganz wichtig, auch wenn ich persönlich nicht involviert bin in die Mahnwachen für Frieden sozusagen. Ich finde es auch wichtig, dass sowas auch Platz findet in sozusagen einer pluralistischen Gedenkultur. Die gemeinsame jüdisch-palästinensische Mahnwache, bei der die Frau Dutz da war. Nina Brunada, diese Situation ist ja nicht eine spezielle österreichische Situation. Der Ostkrieg spaltet halb Europa, spaltet die Welt. Also die Polarisierung in der Frage ist ja international. Die Solidarisierung jetzt mit den Opfern in Gaza, das Mitgefühl mit den Opfern. Wie sehr wird das international vermischt mit politischer Unterstützung für Hamas? Wie sehr lässt sich das trennen? Es fällt auf, es gibt fast keine Kundgebungen wie die am letzten Sonntag, wo sowohl der zivilen Opfer auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite gedacht wird. Warum ist das so? Ich glaube, das wurde eh schon mehrfach erwähnt, dass dieses Thema Israel-Palästina für ganz viele Gruppierungen unterschiedlichster Prägung und Herkunft und Ideologie so ein Fluchtpunkt ist. Und natürlich sind auf diesen Demos, auf diesen Pro-Palästina-Demos Antisemiten dabei, aber auch Leute, die lediglich sozusagen Solidarität bekunden wollen. Das Problem der Proteste ist, und wir haben es ja quasi auch schon ein bisschen angerissen während unseres Gesprächs, der zeitliche Ablauf. Also der Moment, wo die Hamas dort einfällt und mordet, sind in ganz Europa schon Leute auf der Straße und jubeln. Und natürlich hat sich der Charakter dieser, oder sozusagen die Zusammensetzung der Teilnehmer verändert, dieser Demos, aber das werden diese Demos nicht los. Und sie haben auch, sie haben sich, sagen wir, auch nicht einmal versucht, davon zu distanzieren. Wir haben ja gesehen, sozusagen, wie das war, wie schwer sich auch palästinensische Vertreter getan haben, dabei, sagen offizielle Vertreter dabei getan haben, sich davon zu distanzieren. Und ich finde, das klebt so ein bisschen da an diesen Demos. Und ich kenne Leute, die sehr stark mit der palästinensischen Sache sympathisieren, aber da niemals anstreifen würden, weil das für sie einfach diskreditiert ist, einfach mit dieser Geburtsstunde und mit diesem Moment, wo das losgegangen ist. Also, was auffällt bei beiden Bewegungen ist, sozusagen, vor dem Hintergrund dieser dramatischen Entwicklung, dass es auch sowas um die Frage geht, wer ist das größere Opfer? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und wem gebührt mehr Mitgefühl? Und das ist eine Frage, die jeweils unterschiedlich beantwortet wird, je nachdem, in welche Gesellschaft wir schauen. Selbst in Europa gibt es da ganz unterschiedliche Öffentlichkeiten. Nun, tut es da, braucht es eine stärkere Trennlinie zwischen Hamas-Unterstützern auf der einen Seite und der offensichtlich notwendigen, einfach menschlichen Reaktion, zu sagen, die Zerstörung Gases, die vielen tausenden Opfer, die zerstörten Familien, die Kinder, die Weisen werden, das ist etwas, was man nicht aushält und was man nicht haben will. Wie schafft man es da, eine Trennung einzuführen? Also, ich kann mich erinnern, es gab ja dann relativ schnell auch eine Demonstration am Kolumbusplatz. Und da war dann irgendwie die Sorge, das könnte eskalieren und so weiter. Und da muss ich wirklich zugutehalten, dass die islamische Glaubensgemeinschaft zum Beispiel zur Zurückhaltung aufgerufen hat. Und da sieht man halt irgendwie diese wichtigen Player, die halt wirklich auch eingebunden werden müssen. Aber auch zum Beispiel Leute aus den verschiedenen Parteien, die in die Communities halt auch einen gewissen Zugang und Einfluss haben, haben gesagt, bitte nicht, wir wollen da keine schreckliche Situation haben. Und das hat funktioniert. Und man hat auch zum Beispiel mit den Organisatoren der Demonstration geredet. Und die haben zum Beispiel dann Flugblätter verteilt, dass gewisse Dinge nicht gesagt werden dürfen, weil sonst werden die gleich weg ausgeschlossen und so weiter. Und da habe ich den Eindruck zumindest gewonnen, da hat es ein bisschen gerattert im Kopf von einigen Demo-Organisatoren. Und die haben dann verstanden, da müssen sie wirklich auf Zurückhaltung drängen und das geht nicht. Und das hat zumindest bei dieser Demo, ich meine, ich habe mir nicht alle Demos, ich habe keinen Überblick mehr, wo irgendwo demonstriert, hat das funktioniert. Und da glaube ich, brauchen wir solche Player in unserer Gesellschaft. Man braucht die Einbindung der Communities, man braucht die Einbindung der Glaubensgemeinschaft, generell auch der Religionsvertreter. Und man braucht, weil sie auch richtig sagen, wie schafft man diese Trennlinie? Indem man die Auseinandersetzung führt. Indem man einfach auch die Gespräche führt. Und indem es auch, ich meine, Friedenspädagogik, das ist schon irgendwie etwas, was sowieso ganz untergegangen ist, ein bisschen in unserer Gesellschaft. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo es permanent Peace Camps gegeben hat. Da sind israelische und palästinensische Jugendliche nach Wien gekommen, nach Österreich, und dann hat man gesagt, die, die hier aufgewachsen sind, arabisch können die kommen und sollen Workshops leiten. Also das hat was gemacht. Und ich finde, warum sperrt man nicht 50 arabische und 50 jüdische Jugendliche auf die Burg Schleining ein und arbeitet eine Woche mit denen. Also das sind dann am Ende des Tages, sind das Multiplikatoren. Also ich glaube, wir müssen es wirklich auf eine ganz banale Ebene runterbrechen. Ich glaube, Schule ist auch wichtig, aber man darf es nicht nur auf die Schule, an den Schulen belassen, sondern es bräuchte eigentlich viel mehr solcher Programme. Weil das sind junge Menschen, die sind in einem sehr sensiblen Alter, die sind die ganze Zeit auf TikTok, die schauen sich die ganze Zeit die fürchterlichsten Videos an und drehen alle durch. Und das ist wirklich ein Problem. Lukas? Ja, ich kann da nur beipflichten. Das Problem ist, dass wenn solche Themen enorm hochkochen, das haben wir gesehen 2015, als so viele Flüchtlinge kamen, das haben wir gesehen bei Covid, das sehen wir jetzt, dass in dem Moment die Leute so emotionalisiert sind, dass sich irgendwie alles auf zwei Seiten gruppiert. Du bist entweder Zero-Covid oder Superdurchseucher und du bist entweder Terrorversteher oder so. Und das ist natürlich, ich glaube, da blutet uns allen das Herz, wenn die Juden in Wien jetzt die jüdischen Symbole vom Fensterbrett wegräumen und sich nicht mehr trauen, in den jüdischen Supermarkt zu gehen und wenn die israelitische Kultusgemeinde hunderte antisemitische Vorfälle meldet und wenn sowas wie am Friedhof passiert. Und trotzdem ist auch die Reaktion darauf, befremdet mich auch, dass jetzt Leute, die als links bekannt waren, sogar von den Rechten gar nicht zu sprechen, jetzt sagen, na also keine Muslime mehr ins Land lassen, das bringt nur Probleme und jeder, der bei diesen Dämonen ist, gehört abgeschoben. Das ist dann diese übertriebene Reaktion darauf und wo diese ganze Differenzierung so flöten geht, das wird auch nicht besser. Und ja, das liegt auch an den Social Media, die dich durch ihre Algorithmen dann, die erkennen dann, auf welcher Seite du stehst und dich dann immer weiter da reintreiben, indem sie dir nur diese Dinge nur mehr zeigen. Ich kann das nur bestätigen. Wir haben irgendwie das Gefühl, ein Wettrüsten der Sprache. Es ist alles irgendwie so überspitzt und auch übertrieben und alles so polarisiert. Es ist alles nur mehr schwarz-weiß und das halte ich auch für problematisch. Alle klären gleich abgeschoben, alle sind gleich Antisemiten und so weiter. Und das halte ich für problematisch, weil es halt ganze Gruppen halt stigmatisiert. Nina und dann Alunische. Ich finde das sozusagen Verständigung, Völkerverständigung und Austauschprogramme und so weiter alles gut, aber das klingt so, es gäbe sozusagen ein Missverständnis. Es gibt einen realen politischen Konflikt. Das, glaube ich, was fehlt, ist sozusagen eine moralische Kategorie, dass man sozusagen, es fällt auf, dass es sehr, sehr schwer ist, für beide Seiten jeweils die anderen Opfer anzuerkennen, weil sie das Gefühl haben, wenn sie das tun, dann verlieren sie, dann machen sie sozusagen ihre eigenen Opfer runter, beziehungsweise die sind dann nicht so viel wert oder müssen nicht so sehr betrauert werden. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, eine ganz menschliche Kategorie. Da geht es um sozusagen, wie soll ich sagen, Erziehung, moralische Kompass. Da sind wahrscheinlich auch religiöse Führer total gefragt, um genau mit diesen Fragen umzugehen, nämlich genau diese Dinge hochzuhalten, auch in der Situation eines Konflikts, der ja real ist. Also es ist kein Missverständnis. Es passiert tatsächlich ein großer Krieg, aber in dieser Situation das auch nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich glaube, das ist sozusagen viele verschiedene Akteure gefragt, um genau diese Dinge hochzuhalten. Das ist natürlich ein Zeichen der Verschlechterung der Situation, dass es solche gemeinsame Camps, palästinensische, jüdische, israelische Camps, nicht mehr gibt. Weil sich die Situation so verschlechtert hat. Das war vor 10, 15, 20 Jahren anders, auch noch nicht schön. Ich glaube, um vielleicht auf ein paar Punkte einzugehen, die genannt wurden, ich glaube bezüglich auf die ganze Sache mit, man muss betrachten, also man sollte nicht, also es wird irgendwie propagiert, zu schauen, wer ist das größere Opfer, wer hat mehr Recht auf Leid und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Opferkonkurrenz keine Rolle spielen sollte grundsätzlich. Ich glaube aber, dass man im selben Moment nicht verkennen darf, welche Situation jüdische Gemeinden durchleben, nicht erst seit dem 7. Oktober. Also, Sie müssen sich vorstellen, es war für mich in, ich komme aus Frankfurt, es war für mich normal, ich gehe mit fünf in die Grundschule und gehe erstmal durch zwei doppelt gesicherte, schusssichere Türen. Und das ist eine Situation, die normal geworden ist für Jüdinnen und Juden. Es gibt keine jüdische Einrichtung in Deutschland oder in Österreich, die nicht polizeilich, nicht mit einer schusssicheren Tür gesichert ist. Und das sollte uns schon, das sollte uns schon zu denken geben. Und ich glaube, bezüglich auf, auf das Anerkennen des gegenseitigen Opfers, ich glaube, wie gesagt, muss man erstens unterscheiden, dass es einen Unterschied macht, ob man auf die Straße geht und sagt, hey, wir trauern jetzt um die 250 entführten Menschen oder ob man auf die Straße geht und sagt, wir sind froh darüber, dass Menschen gestorben sind. Das ist ja unbestimmt. Genau. Ich sage nur, ich glaube, Anerkennung für die Gruppen, die das können, ist es eine wichtige Sache, das grundsätzlich Verlangen oder sozusagen als Problematik darzustellen, glaube ich, verkennt ein bisschen die grundsätzlichen Gegebenheiten, die existieren in Österreich und in Deutschland und ganz, ganz vielen anderen Ländern in Europa und auf der Welt, dass, wie gesagt, die jüdische Gemeinde und in erweiterten Sinne auch Israel konstant damit beschäftigt ist, dafür zu sorgen, dass sie überleben. Und man kann auch, diesen 7. Oktober kann man nicht verstehen, wenn man ihn nicht im Kontext sieht, eines genozidalen Anspruchs, eines vollkommen vernichten Anspruchs Israels. Und das heißt, die jüdischen Gemeinden sind damit beschäftigt, sich konstant mit diesem Vernichtungswillen gegen die eigene Gemeinde auseinanderzusetzen. Und da sehe ich schon einen Unterschied, wenn man redet sozusagen von beiden Seiten. Man redet auf der einen Seite von den Jüdinnen und Juden, man redet auf der anderen Seite von mir aus, ich weiß nicht, pro-palästinensisch, arabisch, whatever. Ich glaube, dass man ein bisschen aufpassen muss, grundsätzlich so ein Zwei-Seiten- und so ein False-Balance-Ding aufzureiben, weil ich glaube, dass es einfach nicht zusammen in einen Topf passt, weil halt ich keine andere Personengruppe kenne, die in Österreich 24-7 unter Polizeischutz stehen muss bis heute. Und es ist wichtig, vielleicht unter dem Kontext nochmal zu erwähnen, weil es die ganze Zeit geht um pro-palästinensisch, israelisch oder jüdisch, arabisch, whatever. Antisemitismus, man verkennt Antisemitismus und versteht Antisemitismus nicht, wenn man es herunterbricht auf, ja, das sind alles gefürchtete Menschen, die aus Syrien oder Afghanistan oder was auch immer kommen und die importieren uns hier den Antisemitismus. Dass es diesen Antisemitismus gibt, ist klar, dass es aber Antisemitismus in allen gesellschaftlichen Schichten gibt und ich meine wirklich alle, muss bewusst sein, um vielleicht als letzten Punkt zu erwähnen, was zum Beispiel Olaf Scholz gesagt hat, der Bundeskanzler, der deutsche Bundeskanzler, er wurde zitiert als, wir müssen im großen, wir müssen jetzt im großen Stil abschieben. Und wenn man in die Zahlen reinschaut und in sozusagen Äußerungen von dem Ministerium für innere Sicherheit oder ins Innenministerium einfach, dann spricht man von im Endeffekt mehreren hundert Menschen, die zusätzlich abgeschoben werden könnten. Das heißt, es ist so, es ist so eine Ablenkung von der eigentlichen Problematik und überhaupt darüber nachzudenken, wieso sollte man überhaupt Menschen abschieben, die aus furchtbaren Gebieten flüchten mussten und wieso nimmt man sie nicht hier auf und beschäftigt sich mit vielleicht problematischen Ansichten, die existieren, anstatt sie in Kriegsgebiete zurückzuschicken. Das ist einfach eine perfide Es ist natürlich leichter zu sagen, einmal abschieben und irgendwas dann wirklich passiert. Aber damit ist niemandem geholfen, auch nicht der jüdischen Gemeinde. Nina, ich weiß zwar nicht, ob das quasi an mich gerichtet war, die Sache mit den, der Appell an die jüdische Gemeinde beziehungsweise an die Palästinenser Solidarität oder Mitgefühl zu haben mit den jeweils anderen Opfern. Ich weiß nicht zu sagen, ich glaube es geht auch um eine Öffentlichkeit, die weit darüber hinausreicht, um all die anderen zu sagen, die ganze Welt, die da zuschaut und die sich irgendwie das Gefühl hat, sie muss sich positionieren oder wie auch immer oder unbedingt sofort eine Seite ergreifen will. Und ich glaube, es wird sehr viel verlangt von den jeweiligen Betroffenen. Was ich meinte, ist eher, dass jene, die den Luxus haben, nicht in dieser unmittelbar davon betroffen zu sein, ruhig darüber nachdenken können, wie so etwas möglich sein kann. Auch sozusagen, um das zu erleichtern. Worum es ja jetzt auch geht, das ist jetzt nicht nur die historischen Probleme, die es im Abendland gibt, weil es einen Antisemitismus, einen christlichen Antisemitismus gibt, die Probleme, die es gibt durch Migration, sondern wir haben auch ganz konkret den seit vier Wochen laufenden Krieg gegen Gaza mit tausenden Getöteten und einer Stadt, die zerstört ist. Und wo aus der Perspektive der Palästinenser, der arabischen Welt und vieler in der Welt, dass ein Krieg nicht gegen eine Terrororganisation ist, sondern gegen eine Bevölkerung von zwei Millionen Menschen. Und das schafft eine Verschärfung der Auseinandersetzung und bringt eine andere Dimension hinein. Was mir auffällt, Lukas, ist, dass die islamische Glaubensgemeinschaft sich sehr zurückhaltend verhalten hat. Und es hat immer wieder Kritik gegeben an der islamischen Glaubensgemeinschaft, dass sie zu sehr tolerieren Dschihadismus oder Dinge tolerieren, die in Richtung Dschihadismus gehen. Da scheint sich etwas geändert zu haben. Ja, ich glaube, du meinst das Zurückhalten im positiven Sinn, weil eigentlich haben sie aktiv ausgesendet, eben sich zurückzuhalten und haben das total verurteilt und haben gesagt, wir wollen nicht, dass ihr auf den Straßen irgendwie das Lied des Terrors singt und haben da sehr, auch im Gegensatz zu, ich glaube, der deutschen Bruderorganisation, haben da viel aktiver eingewirkt auf die Moscheen und eben auf alle Muslime in Österreich, das jetzt nicht zum Anlass zu nehmen, hier irgendein Rauditum auf den Straßen auszuleben. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie viel sozusagen Griff diese islamische Glaubensgemeinde auf so 16, 17-jährige Muslime hat, die eigentlich sechs Stunden am Tag auf TikTok und Instagram sind und ob die dann auf das hören, was sozusagen hier der Österreicher sagt, was der Österreicher quasi will, wie wir uns verhalten, weiß ich nicht, aber es ist natürlich sehr angenehm zu beobachten, dass es im Gegensatz zu anderen Ländern, die islamische Glaubensgemeinde in Österreich so deutliche Worte gefunden hat. Was kann in der Situation am besten funktionieren, um mit der Polarisierung umzugehen, um sie vielleicht auch runter zu bringen, um das, was jetzt kaum eine Art von Dialog, eine Art von gemeinsamen, im Austausch von gemeinsamen, auch politischen Ideen zu kommen, Unatuzler? Also ich glaube, wir sind, da bin ich vollkommen bei Ihnen, wir sind natürlich jetzt in einer sehr emotionalen Phase, wo natürlich Vernunft, jetzt sage ich jetzt einmal, nicht im Vordergrund steht, und eher mehr das Irrationale natürlich, und Sie haben es halt auch angesprochen, ich meine, solange diese Eskalation weitergeht, wird es natürlich umso schwieriger werden, da jetzt mit rationalen, vernünftigen Argumenten hineinzugehen, das muss uns halt auch klar sein, weil Sie natürlich richtig von der realpolitischen Situation geredet haben und auf der palästinensischen Seite ist es so, ich glaube, das ist halt auch wichtig zu erwähnen, dass die Palästinenser fürchten eine zweite Nakba. Nakba ist die Flucht und Vertreibung während der Gründung des Staates Israel. Und jetzt ist es halt so, dass wir die Situation haben, dass 70 Prozent der palästinenser vertrieben sind. Das heißt, es ist halt auch natürlich, ich will jetzt natürlich jetzt nicht in die Nahost-Debatte einsteigen, weil wir reden heute ganz bewusst jetzt, was hat das für Auswirkungen, aber es hat natürlich auch Auswirkungen und wir werden wahrscheinlich auch nicht umhinkommen, auch darüber zu reden und ich glaube, am Ende des Tages wird man glaube ich, ist die größte Sicherheit Israels, wenn es halt auch Kompromisse auch an die Palästinenser gibt, weil ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie sich die Sicherheitslage Israel verbessern soll, wenn ich hunderttausende Palästinenser nach Ägypten vertreibe und die Palästinenser überhaupt in Flüchtlingslagern dahin vegetieren. Ich möchte das auch ein bisschen zu bedenken geben, was das bedeutet und zu glauben, dass dann die Palästinenser dort nicht mehr zurückkehren. Also das ist wirklich, also damit habe ich eine Endlos-Kontinuität von Sicherheitsrisiken und Sicherheitsproblemen auch. Und daher sage ich immer, man muss sich wirklich überlegen und das ist glaube ich auch etwas, was diese Mahnwache für den Frieden macht mit der Isabel Frey, auch mit den Palästinensern und so weiter. Wie können wir Perspektiven entwickeln, wo Menschen dort in Sicherheit und in Würde leben können, alle Menschen dort leben können, auch wenn das jetzt vom heutigen Moment aus naiv klingt. Aber irgendwann einmal wird man sich halt auch damit beschäftigen müssen, weil am Ende des Tages, wenn ich die Auseinandersetzung führe, jetzt mit den migrantischen Jugendlichen über den Nahostkonflikt, dann sind das natürlich auch Themen. Ich nehme an, da werden Sie grundsätzlich nicht widersprechen, dass es im Endeffekt einen politischen Kompromiss geben muss, um die Sicherheit Israels zu stärken. Die Idee eines Palästinenser-Staates neben dem jüdischen Staat ist in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie verschwunden in den diversen diplomatischen Schubladen. Kommt aber jetzt wieder vielleicht eine Wiederbelebung. Ja, ich glaube, dass es ganz klar auch um Weitsichtigkeit und Langfristigkeit bemühen muss und erkennen muss, dieser Krieg wird irgendwann enden, aber was passiert danach? Und man kann nicht dauerhaft Millionen von Menschen okkupieren, besetzen, das funktioniert nicht und es ist auch nicht gerecht und vor allem macht es auch etwas mit dem Volk, dass es nicht nur erschütternd für das Volk, das besetzt wird, sondern auch innerlich sozusagen zerreißend für das Volk, das besetzt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu erkennen. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass es gar nicht so wichtig ist, dass politisch in den einzelnen Auseinandersetzungen in Österreich zum Beispiel das so sehr auszuhandeln. Ich glaube, es geht eher darum, die Situation sich nicht so sehr auswirken zu lassen hier und nicht ausarten zu lassen, dass es zur Gefährdung von Leben kommt in Österreich. Ich glaube, das sollte der Hauptpunkt sein und nicht, dass wir zusammen besprechen müssen, okay, was ist jetzt die Lösung für den Nahen Osten? Besprechen können wir, schaffen werden sie es wahrscheinlich nicht, aber besser man spricht drüber, als man schiebt es zur Seite. Ich glaube, es ist wichtig, dass es einen Eingang findet. Ich glaube aber, es ist noch wichtiger zu sagen, hey, vielleicht kann ich es als Beispiel nehmen, eine Person, die in der Organisation dieser Mahnwache drinsteckt. Hat mir gegenüber geäußert sozusagen, Paisenenser seien die neuen Jüdinnen und Juden. Und ich möchte, ich habe wirklich kein Interesse daran, mich an Einzelaussagen aufzuhängen und deswegen eine Mahnwache für Frieden zu diskreditieren. Ich möchte nur zurückkommen darauf, was für mich im Vordergrund steht. Und für mich steht im Vordergrund, egal ob wir jetzt eine Lösung finden für den Auskonflikt oder nicht, in Österreich soll es darum gehen, dass solche Aussagen nirgendwo Eingang finden können. Und das muss, glaube ich, erste Priorität sein, genauso wie es erste Priorität sein muss, dass man nicht die ganzen Rechten, von denen es viele gibt in Österreich, mobilisiert dazu, reihenweise Hass zu schüren gegen die migrantische Bevölkerung in Österreich. Und ich glaube, als letzten Punkt, ich glaube, es ist eine unfassbare und untragbare Situation, jetzt auf einmal Millionen von Palästinenser, PalästinenserInnen nach Ägypten auszuweisen und dann sozusagen, ich glaube, da macht sich auch niemand, ich hoffe, niemand bildet sich dann ein, dass das Problem dann gelöst sei. Ich glaube, aber es ist auch grundsätzlich wichtig, sich anzuschauen, sozusagen die Spezifizität von diesem ganzen Konflikt und wie er in der Weltgemeinschaft wahrgenommen wird. Es wurde für palästinensische geflüchtete Menschen eigens von der UN sozusagen ein Arm für Flüchtlingshilfe eingesetzt. Der Teil davon war, dass in den arabischen Ländern, in die Palästinenser, PalästinenserInnen entweder geflüchtet oder vertrieben wurden, dass sie keine Staatsangehörigkeit dort erhalten haben, weil ihr Flüchtlingsstatus über Generationen aufrechterhalten wird. Und ich glaube, da alleine die Verantwortung zu sehen in dem, was Israel jetzt machen kann, die Verantwortung zu sehen, ist wichtig. Die alleinige Verantwortung, glaube ich, wird der Geschichte nicht gerecht. Es hat in geschichtlichen Phasen immer wieder Situationen gegeben, wo es nach großen Kriegen und Konfrontationen dann plötzlich unerwartet eine diplomatische Möglichkeit gegeben hat. Nachdem Yom Kippur Krieg 73 ein riesiger Krieg war, Israel überrascht wurde, hat es ausgelöst durch Anwar El Sadat, den ägyptischen Präsidenten, ein paar Jahre später war Anwar El Sadat in Jerusalem, hat vor der Knesset gesprochen, bis heute herrscht Frieden zwischen Ägypten und Israel schaut im Augenblick nicht so aus, weil die internationalen Tendenzen eher nicht in Richtung Verständigung und Vernunft gehen, aber ausschließen darf man es auch nicht. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen wichtigen Meinungsaustausch, danke in die Runde, nachdenke ich es zu den schwierigsten Fragen unserer Zeit gibt es immer wieder im Falter jede Woche, daher empfehle ich ein Abo des Falter, alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audio-Technik dieser Sendung, danke Philipp, ich verabschiede mich, bis zur nächsten Sendung.